Die gleiche Behandlung kann in unterschiedlichem Lebensalter sehr unterschiedliche Auswirkungen für den Patienten haben. Ja, es gibt schon unterschiedliche, eigentlich würde ich es am liebsten nennen, Ansprüche der Patienten, die sie aber nicht als Anspruch empfinden, aber andere Notwendigkeiten der Patienten an die Behandlung im mittlerem oder auch im höherem Lebensalter. Im höherem Lebensalter müssen wir noch viel mehr als sonst einen Rundumblick haben auf all die Umgebungsfaktoren, die äußerlich sind, aber eben auch auf mögliche Parallelerkrankungen, die wir als Multimorbidität, also als Vielfacherkrankung dann auch bezeichnen, weil der Körper über diese vorhandene Vielfacherkrankung nicht mehr in ausreichendem oder zunehmend im eingeschränkten Umfang und nur in der Lage ist, zu kompensieren und auszugleichen. Wenn wir zum Beispiel die Situation nehmen, es ist eine drohende Unterzuckerung bei an sich gut eingestellter Blutzuckererkrankung, dann hat der jüngere Patient häufig einen längeren Zeitraum, um noch zu agieren, um die Blutzuckerunterversorgung wahrzunehmen, während der ältere Patient, der vielleicht auch schon eine gewisse Einschränkung der Hirnleistung hat, gar nicht vom Handling mehr, wenn er dann auch noch eine Parkinson-Erkrankung mit diesem Zittern der Hände hat oder eine Arthrose in den Handgelenken, gar nicht mehr in der Lage ist, zum Beispiel Medikamente, die dann notwendig wären oder einen Anruf, der ihm helfen könnte, weil er Hilfe rufen kann, zu tätigen und durchzuführen und die Medikamente einzunehmen. Also wirkliche Unterschiede auf Reaktionen von Medikamenten gibt es nicht, was die chemische oder biochemische Wirksamkeit anbelangt. Dort haben wir eine relative Konstanz. Dennoch sind die Wirkungen, die das Medikament im Körper entfaltet für den Patienten, im höheren Lebensalter häufig ausgeprägter. Das kann daran liegen, unter anderem, dass die Leber die Präperate nicht mehr so verstoffwechselt oder auch, und das ist noch häufiger der Fall, dass die Niere in ihrer Spülleistung, in ihrer Durchblutungssituation eingeschränkt ist und darüber die Entgiftung nicht mehr so umfangreich vom Körper geleistet werden kann und Medikamente dann zum Beispiel stärker oder auch länger wirken. Und deshalb brauchen diese oder benötigen diese Patienten eine besondere Fürsorge und ein sehr genaues Monitoring, ein sehr genaues Anschauen der aktuellen Medikation. Mir ist ganz wichtig, dass jegliche Behandlung, insbesondere die Tablettenverabreichung, alltagstauglich ist. Das fängt damit an, dass viele Medikamente kindersicher verpackt sind, diese Drück- und Drehflaschen zum Beispiel, aber das bedeutet für viele ältere Patienten, die Einschränkungen haben in der Benutzung ihrer Hand, eben diese Tabletten unerreichbar werden, weil sie einfach die Flasche oder das Fläschchen nicht geöffnet bekommen. Und es gibt ein weiteres Problem zum Beispiel, die Tabletten teilen. Die Zuzahlungen sind ja nicht unerheblich und man möchte sparen, also wird die stärkere Dosis verordnet und dem Patienten mit auf den Weg gegeben, er möge die Tablette teilen. Das Teilen an sich ist schon mal nicht unbedingt einfach, weil Tabletten können da sehr hartleibig sein und teilen sich nicht da, wo sie sollen. Und dann teilen sie sich häufig nicht in zwei gleiche Teile, sondern in sehr unterschiedliche Teile, was dann wiederum zu deutlichen Veränderungen der eingenommenen Wirkstoffdosis führt, was der Patient dann gegebenenfalls auch merken kann. Und was man vielleicht hier auch noch dann ergänzen kann, ist, dass alles, was mit Injektionen, also mit Spritzen in oder unter die Haut zu tun hat, doch im höheren Lebensalter als sehr die Lebensqualität beeinträchtigend empfunden wird und wir uns daher sehr bemühen, diese Formen der Medikation zu verabreichen. Und noch ein weiteres Präparat, wenn wir an die häufigen Schmerzen denken, die Patienten haben. Im jüngeren Lebensalter oder im mittleren Lebensalter haben sich dort auch Schmerzpflaster bewährt, die drei Tage vor Ort, also aufgeklebt, bleiben können und mit einer relativ gleichförmigen Dosisfreisetzung dem Patienten dann Schmerzerleichterung bringen. Im älteren Lebensalter ist es so, dass das Unterhautfettgewebe, was wir üblicherweise haben, häufig weniger wird und manchmal sehr, sehr wenig wird, sodass sich die Aufnahme dieser Schmerzmittelpflaster deutlich verändert. Die Medikamente fluten zum Teil schneller an, das heißt, der Wirkstoff wird sehr viel schneller aufgenommen und dann können plötzlich Verwirrtheitssyndrome, lange Schlafen, Müdigkeit, apathische Zustände auftreten, die wirklich in Form der Nebenwirkung nur der Darreichung, nicht des Medikamentes, zu sehen sind.